Sankte Megita, 60 cm, Yonsai, Weidlich. Megita, Schichtfeld mit Sakai, hauptsächlich. Fisch haben auch sehr schöne Hautqualität. Bringt jetzt hier auf der Sumi, der hat relativ wenig gehabt, wo ich es noch gekauft habe. Endmaß hier bei dem Fisch, ca. 75 cm. Sehr schöner Sankte. Voll ist natürlich vom Penning her sehr gut. Hat noch eine leichte Wunde da oben drauf. Und das Wunde, der ist einmal irgendwo angeschlagen im Kopf. Aber das ist ja wieder gelblich. Das war weiß und nach gelb kommt jetzt wieder rot. Das sieht man nicht mehr. Es dauert nach zwei, drei Monaten, dann ist das weg. Die Körperform ist hier sehr schön, der ist nicht zu dick. Und ich finde optisch ein sehr schönes Tier. Es ist das nicht zu drühen nicht zu platforms. Ich finde, es ist eine ganz große Wunde. Untertitelung des ZDF, 2020